Musik Na gut, wo ist sie? Wo jetzt? Sag schon, wo ist der Eingang? Sie müssen nicht brüllen, okay? Er ist hier. Keine Spielchen mehr, verstanden? Ein Spiel? Ich spiele nicht, nur dass sie es wissen. Nein, ich mach das. Hey! Mist. Ich habe es auf die gute Tour versucht. Meine Geduld ist jetzt zu Ende. Nein! 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 Ah! Ah! Es ist Ihnen doch hoffentlich klar, dass die Polizei gleich da sein wird. Das ist mir egal, weil wir dann schon weg sind. Stimmt's, Colin? Ich sag es gern nochmal. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Von Aruns Schätzen? Er hat sie gesammelt. Das weiß doch jedes Kind. Also, Sie müssen hier irgendwo sein. Und mit deiner Hilfe werde ich sie auch finden. Komm, los. Zeig sie mir. Nein! Vermissen Sie etwas? Meine Kette. Und wo ist die her? Bestimmt auch geklaut. Das war ein Glücksbringer. Den habe ich von meiner Tochter. Und sie weiß, was sie tun? Nein, natürlich nicht. Wie alt ist sie? Sie ist elf. Fast so alt wie ich. Ich bin zwölf. Was wollen wir denn hier? Hier waren wir doch schon. Weil wir schon überall gesucht haben. Und nur noch dieser Raum ist übrig. Du willst mich nur hinhalten. Ich durchschaue dich. Sie sollten verschwinden. Noch geht es. Denken Sie an Ihre Tochter. Das tue ich doch. Für Sie mache ich ja das alles. Du weißt nicht, was es heißt, seinen Job zu verlieren und keine Arbeit zu haben. Du fühlst dich wie gefangen. Wie ich im Moment. Aber man wird sie schnappen. Und was ist dann? Was wird dann aus Ihrer Tochter? Bitte. Lassen Sie mich gehen. So gern ich auch will. Ich kann nicht. Jetzt mach mir doch nichts vor. Du kennst dich hier aus. Man hat ihn doch von Arun erzählt. Ja, und? Wenn Sie ihn kennen würden, wie ich zum Beispiel, dann müssten Sie wissen, dass er niemals etwas verrät. Na gut. Dann bist du ja jetzt überflüssig geworden. Oder nicht? Dann komm schon. Auf geht's. Huht! Vielen Dank.